Diese fucking Arben, Alter. Das ist nicht mehr normal. Zwei Leute geholt von deinem dreckigen Spawn. Und du bist auch da. Auch mein Bruder. Jetzt komm ich rein, Leute. Erster Platz wieder. Der wollte hier... Der hat mich gemästert! Ich, ich, ich hör hinter mir gerade so ein Schwingmesser-Geräusch, ne? Hey, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Hier auf mein ganzes Mal mit dem lieben Rotbills. Wir zeigen Counter-Strike in Minecraft. Und wenn ich sage Counter-Strike in Minecraft, dann mein ich Counter-Strike in Minecraft. Oh mein Gott. Oh, Junge, richtig laut. Ähm, es ist warm ab gerade. Wir werden jetzt ein, zwei Runden hier zocken. Ich werde das zusammen cutten. Wenn es euch gefällt und mehr davon seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wo seid ihr? Freunde, ich kenn die Maps natürlich gut aus. Wenn die, die das solltest du vielleicht sogar... Hau rein, Bruder. Ich werde gleich auch ein paar Waffen ausprobieren. Sniper, AWP, natürlich alles am Start. Ha! Hab jemanden gespawn-trapped? Yeah! Darauf hab ich gewartet. Eigentlich sollte man auch ein bisschen stolz sein, aber... Digga, das ist nur die FPS. Weil du jetzt aufnimmst und jetzt ist es bisschen laggy. Habt ihr gesehen, wie die Flashes fliegen? Lass hier reingehen. Hier ist die Waffe gut. Ich bin aber auch CSGO nicht so gerne ein Didas Spieler, weil die so offen ist. Boah, wie die hier an unserem Spawncamp! Oh, ich hab mich selbst geflasht. Das ist ja unglaublich. Oh, Digga, nein! Ah, du hast was, ich wusste es! Nein! Ich wusste es! Scheiße! Der hat auch eine P-Neusi! Oh, rein, Bruder. Jetzt rase ich langsam. Was ist das für einer? Ah! AWP, Mann, Alter! Er hat mich vorher abgewartet. Jetzt an einem Campen, Alter. Ich komm, ich glaub, mein Schwein pfeift. Ich hör grad was. Zwei Leute geholt, drei Leute geholt. Langsam komm ich wieder in Fahrt. Der Smog, der Smog. Alter! Du bist das! NEIN! Hä, nicht? Nein, nein, du warst das gerade. Alter, auf! Ne, ich bin noch nicht so ganz warm. Scheiß-Sniper! Huh? P-Nein! Alter! Wie drastisch das! Irgendwie viele Sniper-Boys sind da. AAH! Das ist nicht dein Ernst! Ich treff die wirklich fünfmal mit meiner Sniper und kein einziges Mal killt das sie. HAU REIN! Du kleines Stück Scheiße, Mann, Alter! Ha? Stirb doch! AAAAAAAH! Okay, ich glaub, ich sollte von der Sniper, äh, weg. Was denn? Ah, nehmen wir jetzt mal eine P90. Sorry not! NEIN! Oh, dass ihr rumschreit, Freunde. Aber es macht mir halt so Spaß, dass ich halt tilten muss. Seid ganz cool. Ihr guckt einfach weg. Nee, das war's eigentlich. Das sah so aus wie du. Da sind Kollegen von dir. Da bist du. Da bist du. Jucka! Hast du mich jetzt weg? Da bist du. Boah, ich hol' alle dein ganzes Team weg, Digga! Deleted! Felix, lauf! Oh, come on! AAAAAAAH! Ne? Zwei Punkte! Zwei Punkte, Junge! Hä? Eins gegen eins? Digga, perfekt! Nein. Digga, perfekt! Eins gegen eins? Ist das ehrlich? Ja, so wie es aussieht. Ne, boah, die kommen gleich alle. Wo könnte er nun sein, der Peter? Wo bist du? Ich hab Angst. Waaat! Wie konntest du? Ich wusste ja, dass du da kommst. Wie konntest du? Du bist so ein Noob, ne? Mit deinen scheiß MPs, Digga. Hast du diesen Nahkampf viel stärker, halt. Normalerweise. Aber wusstest du, dass ich da bin? Ja, ich hab dich in der Entfernung gesehen und hab nichts gesagt. Waaat! Ich hatte, ich hatte, ich hatte, weil ich eine Flash gesehen habe, dich jetzt den Vorteil oder so. Junge, ich war dir richtig voraus. Ich hab dich jetzt ganz schön ab. Komm rein, Bruder. Oh, Mann, no. Bei mir? Der ist jetzt bei mir gekommen. Hallo, ich muss einfach zu dir! Das ist doch nicht der scheiß Ernst! Das hat gecheckt, wer jetzt besser ist! Boah, Junge, der wird so kassieren, der Junge. Ich fress die ganze Zeit Luft, weil ich niemanden sehe. Okay, es joinen, es joinen, Leute! Es joinen, Leute! Ah, es geht los! Es geht los, Freunde. Jetzt wird's interessant, Freunde. Oh, nein! Diese scheiß Ente! Ja, Dicke. Er hat sogar einen Waffenskin, Junge. So ein Tryhard ist das! Was? Waffenskin in Minecraft? Ja, du kannst hier so Waffenskins kaufen für Echtgeld und so. Das ist richtig behindert. Du kannst hier sogar so richtige Cases aufmachen und so. Ah! Ich hab keine Kills! Der stirbt nicht! Ach, weil ich dachte, dass das ein Kollege von mir ist. Ich bin ja rot. So ein Teamkamerade ballert mich mit seiner Pumpgun ab und er schreckt mich zu Tode, Mann. Ich hab gar keine Kills, Alter. Okay, ich bin Erster. Aber trotzdem. Hä? Ich hab gar keine Gegner gekillt! Oh, nein! Ich bin gesprungen! Da konnte ich nicht mehr schießen! Leute, wir snipen jetzt einfach. Ist mir egal. Wir snipen jetzt. YOLO. Was tut das? Nee. Comedy, man. Hä? Ich seh nur meine Leute. Ja, und jetzt siehst du den Tod! Ha! Okay. Ach so! Okay. Petret, hol die Nahkampfwaffe. Ich hab dir fast einen weggeholt, Mann. Ich hab grad so drei von deinem Team oder so weggeklickt. Das mach ich ernst, Dicke. Jetzt hab ich mich aufgewärmt. Ja, jetzt hab ich mal ein bisschen spät aufwärmt. Hau rein, Bruder. Hau rein, Fahrt, ist schon lange vorbei. Diese fucking Armen, Alter. Das ist nicht mehr normal. Zwei Leute geholt von deinem dreckigen Spawn. Und du bist auch da. Hau rein, Bruder. Jetzt komm ich rein, Leute! Erster Platz wieder! Jetzt will er rasieren mit seiner AK, Junge. Hau rein. Granate gebaut. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt wusste er halt, wo ich bin. Ne, hieß noch einer? Da, aber fuck aus. Scheiße, Junge. Ich hab drei Leute geholt, wie es sein muss, Alter. Äh, hinter dir. LOL. LOL! Du bist einfach in den, du bist in den reingesprungen sogar. LOL, ja gut. Du hast den einfach nicht gesehen. Passiert halt mal, ne? Hau rein, Bruder. Rache ist süß. Oh, ich spawne und ihn sind tot! Der wollte hier... Der hat mich gemestert! Ich, ich, ich hör hinter mir gerade so ein Schwingmesser-Geräusch, ne? Und ich denke, es ist böse dabei. Aber... Ich, boah, ich wusste es eigentlich nicht. Ich wurde gerade von einer Granate gebumst. Ich glaub's nicht. Ich hab die nicht mal gesehen. Was sind Messern? Seid ihr mal Fuggers? Aaaaah! Blech zurück! Hau rein. Hau rein, Felix, oder? NEEEEEIN! Ne, ich hab dich gekickt und hab mich hammer gekickt. BAM! 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 DREI LEUTE! BAM! Junge, was geht hier ab? BAM! Gib ihm! Stirb! Du bist gerade komischerweise nur Mate. Nein, ich hab mich noch gekillt, oder? 25 Leute. 25 Kills, Leute. Ich komm zurück. Das ist eigentlich echt voll geil für Livestreams, oder? Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, Züchauer von Paydorf. Boah, Mensch, ich raste voll aus, Digga. Wollt ihr erst den Livestreams sehen? Nein! Zu viele! Links, rechts! Ach, Freunde. Ich laufe mit der Flash durch die Gänge. Bin bereit, sie euch in die Fresse zu hauen. Oh! What? Ihr! Wegen wem haben wir gewonnen? Wegen Rotbild! Was? Ich hab gewonnen? Digga. 27,12. Ich hab so gecarried, aber mein Team ist inkompetent, Leute. Digga. 13,13. Naja. Okay, meine lieben Freunde. Das war's mit dem Video. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Schaut bei Filz vorbei. Da haben wir auch ein Video aufgenommen. Das gleiche. Ja. Schaut vorbei. Haut rein. Tschüss. Bis Wochenende nach oben. Tschüss!